Liebe Crossfit Tübingen Family, wir kommen zum Homeworkout am Montag. In der Mobilisierung Aktivierung habt ihr zwei Runden. Übung Nummer eins sind zehn Banded Air Squats, direkt in fünf Paar Squat Jumps. Übung Nummer zwei sind zehn Stiff Leg Deadlifts mit der Dampbell, Kettlebell oder was ihr sonst habt, Odd Object. Und Übung Nummer drei sind fünf Scapular Tees. Die Gäste sind ja noch nicht diegüste. Die Gäste sind ja noch nicht diegüste. Die Gäste sind ja noch nicht diegüste. Seitdem war, geht es in den String-Type. Im String-Type haben wir zwei Tabatas mit zwei Minuten Pause. Tabata Nummer 1 sind Dumpel-Squat-Jumps. 20 Sekunden on, 10 Sekunden on, 8 Runden, dann 2 Minuten Pause direkt in Tabata-Row. Auch hier wieder 8 Runden, 20 Sekunden on, 10 Sekunden on. Habt ihr zwei Dumpels und wollt euch das Ganze hochskanieren, dann haltet die Dumpels in den Pausenzeiten in euren Händen. Im Workout haben wir ein schönes Every 3-Minute-On-The-Minute für sieben Runden, also E-Dreiben um 21 Sekunden. Das setzt sich zusammen aus. 15 bzw. 12 Kalorien auf dem Ergometer. Wie gesagt, wir haben den Ergometer hier draußen im Auto, auf dem Gym, den ihr gerne benutzen könnt. Habt ihr kein Ergometer zu Hause, ist die skalierte Variante davon 10 Shuttle Runs. Ein Shuttle Run sollte 10 Meter sein. Oder 20 Tuck-Jumps. 15 bzw. 12 Kalorien Roll. Danach geht's in 12 Dumbbell Snatches. Und danach in Max Burpees over the Dumbbells. Das Ganze macht ihr bis 2 Minuten 15. Da ist das Timecap und dann habt ihr 45 Sekunden Pause. Bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Workout und freuen uns auf eure Resultate in den Kommentaren. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.